So Leute, Gegen Alles, Gegen Nichts in neuem Look kommt am 30. August mit exakt demselben Sound. Das album beinhaltet 14 Songs. Wir haben eine einzige Sache daran geändert und zwar haben wir das Solo ersetzt vom Song Artstritt. Wir haben das eingetauscht gegen ein neues, relativ rock'n'rolliges oder rock'n'rolligeres Solo und eben mit neuem Cover, mit neuem Artwork und natürlich auch für die Fans von Fahnen und Batches oder was weiß ich noch von im Endeffekt so special Geschichten. Und beides gibt es zwar auf Amazon und auch bei weiteren Anbietern findet das raus und mehr können wir eigentlich gar nicht dazu sagen, außer das ganze Ding hat ein neues Geweih verdient, einen neuen Luck verdient, eben mit diesen Hörnern drauf. Wir wollten ein Wiedererkennungspferd. Fuck bleibt das Album. Jeder, der zumindest das alte Album hat, muss nicht zugreifen, er darf zugreifen und für den ganzen Rest gilt das alte ist ausverkauft, also gibt es das oder nichts. Wir freuen uns auf die Erscheinung und sind froh, dass die Familie Geweih größer und größer wird. Danke. Tschüss. Klaus!